Ned Flanders vs. Bart Simpson Howdly doodly Bartarino, get ready for a little discipline Flanders style Hey Flanders, I'm your god now, a sacrifice a week is all I ask Und damit, hey ho und let's go, mit Simpsons Wrestling Hier im Championship Circuit, wie auch immer das heißt Und Ned Flanders, den wir freigeschaltet haben Definitiv schön overpowered, eine schöne Belohnung So, hier mit Bart traue ich mich bisher nicht, die Blitze einzusetzen Ihr seht, der rennt mir die ganze Zeit hinterher Der lässt mich nicht in Ruhe, keine Sekunde Ich kann nichts tun Ah doch, hat funktioniert Aber wird das ein Treffen großartig, nur minimalistisch wahrscheinlich Ah doch, wenn ich mich wehre, weil er bewegt sich nicht von mir weg Er springt nicht großartig Ja doch, die Taktik funktioniert Alter, hör auf, hör auf Danke Und schon wieder platt Ja, die Blitze sind cool Eigentlich dachte ich, dass ich nie dazu komme, das einzusetzen Zumindest bei den stärkeren Charakteren Alter Ähm Ich wollte eigentlich nur eine zweite Chance haben Damit ich dann eine kleine Sicherheit habe Nein, danke Was sollte das für eine Technik werden, Bart? Wieder nicht geschafft, okay Komm, sammeln irgendeinen blöden Buchstaben oder irgendwas Nutzloses Nee, ich schaffe es nicht Na gut, dann kehren wir zurück Dazu So Schön, dass keiner was dagegen kann Wie gesagt, mein zweites Leben sichert mich eigentlich dauerhaft ab Wo wolltest du mich hinschmeißen? Ich bin zehnmal größer als du Ah Na, vielleicht würde ich es doch nicht so locker nehmen Seht ihr, jetzt dauert es ein bisschen Das hatten wir schon beim letzten Mal, gell? Da kriegt vor allem die Buchstaben viel zu schnell zusammen Warum heißt das eigentlich Buchstaben? Merke ich jetzt erst Alphabet fängt halt an mit A, weil es das erste Mal im Alphabet ist Buchstaben ist jetzt nichts Besonderes Gibt es ja auch eine gewisse Anzahl und die haben auch eine gewisse Ordnung Alter Bart, schläft mich nicht Sollte es auch nicht eigentlich sowas heißen wie Alstatten oder Weißen, nein, irgendwie so in der Richtung Ihr muss mit A halt Ah, ich komme nicht dazu Nee Ich lasse das mit dem Blitz bei Bart, definitiv Nur wenn sich eine Gelegenheit bietet Ach, statt Bitte nicht heilen, schon wieder Nein Der Kampf ist aber viel zu lange jetzt schon Ich muss halt warten, bis Bart sich beruhigt hat Na, komplett verfehlt Alter Ich will nicht gegen den mein zweites Leben benutzen Das sind Lappen Gegen Smitters oder die Aliens Aber nicht gegen den Jetzt hör doch mal auf sich zu heilen Ich komme kein Schritt voran Das ist immer so Schön im Kreis latschen Bart ist mir viel zu flink Ist übrigens einer meiner Lieblingskapitule in Hidden Run gewesen mit Bart Definitiv Mit ihm hat man die meiste Scheiße gebaut Das Gebiet mochte ich sehr Doch, doch Das war cool Na, komm schon So Verliert aber zu wenig Energie Das dauert viel zu lange Dafür ich kassiere Der Kampf ist immer so ewig, Leute Bart, lass mich ein paar Blitze einsetzen Oh, jetzt ist das schon wieder Ja, ich lieg doch schon Okay, ich konzentriere mich wieder Das ist Champions-Chip hier Nicht zu unterschätzen Achso, ich wollte gerade attackieren Ist aber ungewundbar Ja, Superspeed Noch was Als ob er nicht schnell genug ist Halter Beruhigst du dich jetzt mal Wie lang dauert es denn noch? So, jetzt Na, wieder verfehlt Doch, ich brauche mein zweites Leben Das haben wir doch ständig die Buchstaben Also, na, und springt die ganze Zeit weg davon Na, sehen, wartet Ich probiere mal Nicht Kung-Fu Achso, das war Ich dachte, wir haben immer noch Apo Deswegen Ja, das Buch hat getroffen Sehr gut Ja, war ich immer gut aus Ich kann warten, bis er springt und dann es einsetzen Das könnte klappen Nein, wollte ich Ah So, jetzt gibt mir mal ein bisschen Speed Skateboard ist eigentlich ein Nachteil Weil damit kann er nicht gut zielen Komm schon, lass dich treffen Von einem der Blitzen Schade Ja, und Verwundbarkeit Bringt dem halt viel Noch nicht, noch nicht, noch nicht Noch nicht, Bart Na, na dann halt jetzt Oh, ich habe es sogar noch geschafft Nein, immer noch nicht, Bart Okay, jetzt habe ich es nicht geschafft Aber ich stehe ja noch mal auf Ah Stress mich nicht, Bart Komm Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Genau, Kassier Ordentlich So Seht ihr, jetzt habe ich ihn unter Kontrolle Plötzlich Er soll öfters das Skateboard machen Ah Er springt immer wieder Das haben wir schon wieder, bis er unverwundbar ist So Wer dafür fehlt Mann Komm, setz dein blöses Skateboard ein Du hast voller Energie, Bart Jedes Mal, wenn ich springe, springt er auch Und wenn nicht, dann bemerke ich es zu spät Ja, super Genau sowas hasse ich Ich treffe hier nicht Ich dachte, es wird ein lockerer Kampf hier Nix ist Ah, was ist damit eigentlich, Bart Super Das ist ja schon mein zweites Leben Ja, super speed, super Da bricht es auch zusammen Komm, setz dein Skateboard ein Komm schon, komm schon Wenn ich das Tee zusammen bekomme, dann kann ich auch nochmal in Ordnung was geben Aber er muss definitiv weg vom Ding bleiben Von Heilungsitems Jedes Mal Ah, er weiß halt, wo die sind, automatisch, ich nicht Brauch sie in der Kamera Und der Bart Komm schon, er heilt sich zu sehr Gib mir einen Buchstaben nur Du machst witzig, der ist fast voll, mir fehlt nur einer Der erste Kampf lief so wunderbar wieder Gib Ruhe jetzt So Hast du hier Bart, komm Ah, nein Guck, jetzt hat er aber Selbstunterwohnbarkeit Das ist sowas von scheiße Tolle Heilung, wenn er immer Heilung bekommt, dann was soll ich tun Das gibt es nicht Warum ist er jetzt so gut plötzlich Komm schon Vielleicht kriege ich ihn auch so mit Gewalt Nein Okay, ganz knapp verloren Achso, ich hab noch ein Leben Ich hab ja noch ein Leben Ich dachte, das ist schon mein zweites Leben Dann hau einfach drauf, fertig Ich dachte, das ist schon mein zweites Leben Hätte ich schon viel früher beenden können eigentlich Aber na gut Warum hat Bart jetzt so plötzlich gestresst? Aus dem Nichts kam das Da hab ich Angst, vor allem Smitters, wie gesagt Wer kommt als nächstes? Wir haben ja noch Zeit Bumblebee Man, okay Mal sehen Ned Flanders vs. The Bumblebee Man Ach, der hatte den scheiß Köter Jetzt weiß ich's wieder Ja, klar So Hat er schon mal ordentlich passiert Gleich am Anfang Find ich gut Der weicht auch mit Sprüngen aus Der fliegt ja so viel, stimmt Der spart auch immer für seinen Hund auf Nee, mit dem Hund kann ich das nicht machen Okay Er springt aber auch genauso Und attackiert dabei sogar Die Intelligenzpässe hier Nein Komm schon Komm schon Hallo Danke Wie kriege ich ihn? Nee, es ist ja nicht gesprungen Ich kann es aber nicht vorher Sehen, was sie machen Sehr gut Sehr gut Sehr gut Wieder gut Wobei ich mal vom Hund kassiere Das war nicht Wenn meine Nase juckt Wieder Nein, nein, nein Ich bin viel zu schnell Ja, das war klar So, da liegt er wieder Ich dachte, er will sein Hund rufen Ich schaffe es nicht Wenn er so viel springt Es ist halt wie gesagt Die normale Technik Nicht so gut geeignet Alter Na toll, verfehlt Ich dachte, er braucht länger, um den Hund rauszuholen Okay, wir haben gleich viele Buchstaben Schon wieder Wie gesagt, sein Hund Kriegt mich immer erfasst So Hat er mich? Ja Unglaublich, dass er es geschafft hat Das war jetzt kassier man ordentlich Na, war ich mir leider mit springen aus Der Hund kann mir gar nichts mehr Na, sogar zwei Blitze, sehr schön Das lässt er mich wieder nicht Ich denke, wir gehen woanders hin Was ist das? Ah, sehr gut Heilung So, wieder kassiert Ist schon interessant, dass ich mal das Thorn brauche eigentlich zu gewinnen Achso, das war jetzt dumm Ja klar Selbst wenn ich aktiviert hätte Das ist nutzlos Na, komm schon Oh, nicht schon wieder Heilung Man, ich kann das nicht leiden Okay, es hat wieder getroffen Ich will auch gar nicht so oft springen Weil Der kriegt mich dann auch Was macht der? Eigentlich nur, wenn er sein Jojo einsetzt Kann ich ihn angreifen Fast Komm schon Nein Sehr gut So Kassierer Aber sowas von Nicht schon wieder Heilung Mann Der Typ geht auf den Keks Das Gute ist Das Gute ist, während ich nicht unverwundbar bin, weicht er mir auch nicht aus Deswegen wird auch von den Blitzen besser getroffen So Alter, das dauert voll lange mit dem, gell? Hätte ich nicht gedacht Na gut, hast du halt getroffen Komm schon Der hat wohl im letzten Kampf Beim normalen hat er mehr Dinge eingesetzt Alter Ich kassiere so viel Aber die sind auch viel schneller geworden Mittlerweile Genau diese Attacken hat er öfters eingesetzt So Komm schon Ich brauche auch nur noch einen Buchstaben Dann habe ich auch das da wieder Naja Ich denke, der springt manchmal nicht Oh, das will ich, das will ich, das will ich Danke So Und es kommt schon Ich warte nur auf den letzten Für mich aber nicht für ihn Ja, Kaffee, 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 wie auch immer Ich bin übrigens kein großer Kaffeetrinker So ganz nebenbei Das ist ein kleiner Fact Bis wir den hier besiegt haben Auch kein großer Teetrinker oder so Kakao mach ich Was gibt es besser als Schokolade, bitte Komm her Ja, jetzt kassierte beides Und weg Sehr gut Hat ein bisschen zu lang gedauert Meiner Meinung nach Gegen ihn Aber wir haben es geschafft Ja, ich kann auch damit leben Dann würde ich sagen Geht es im nächsten Part weiter Mit unserem nächsten Gegner Wir sind noch nicht Beim Finale Dauert noch Und die Kämpfe werden immer härter Auf jeden Fall Bin ich schon gespannt Wie es weiter geht Und damit keine Sorge Heute ist nicht alle Tage Ich kredle wieder Menschen Keine Frage Bis dahin Ciao Ciao